Der Austausch von genetischem Material zwischen Organismen wird heute in der Gentechnik regelmäßig angewendet. Allerdings kommt ein solcher Gentransfer nicht nur im Labor, sondern auch in der Natur vor. Dies geht aus unterschiedlichen Experimenten von Griffith und Avery hervor. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von 3 bis 10 Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne. Die Inhalte der orthogonalen Schulunterricht seaindert. Vielen Dank.